Was die zwei Titel betrifft, da habe ich noch gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was es in mir praktisch auffüllt. Also ich habe jetzt ein bisschen Zeit, wieder runterzufahren, ich denke, dass es dann noch kommt. Klar sind so ein paar Momente immer wieder da, wo man einfach dann denkt, was ist jetzt los. Aber es ist einfach eine tolle Sache, ein tolles Erlebnis. Ich hätte natürlich gerne gehabt, dass die Fans natürlich dabei sind, weil ich glaube, nur dann. Oder vielleicht wäre es dann auch so gewesen, dass man die Emotionen größer gewinnt, wie es gewesen wäre, die eigenen Emotionen. Weil einfach die Atmosphäre mit den Fans ist total anders. Und Hermann Gerland sagt immer, Hansi, wenn da noch die Fans dabei gewesen wären, das wäre nochmal ein Top gewesen. Ich wünsche dir, dass du das auch irgendwann mal erlebst und das hoffe ich natürlich auch. hier oben ein Video zu chambers. Okay. Und das wäre, ich würde ja auch gerne mal auf diesen Fall sein. Dann wäre das, was ich glaube, dass das auch die Anfänger hätte besucht. Und das wäre es nicht gerne.